Hey Paul, mein Name ist Marvin. Ich bin 19 Jahre alt, komme aus Hockenheim. Ich habe letztes Jahr im August mein Abitur gemacht und habe seitdem für zwei Filmproduktionsfirmen gearbeitet. Ich bin kreativ, zuverlässig und sportlich. Ich spiele seit meiner Kindheit Fußball und gehe ganz surfen. Ich kann außerdem ganz gut kochen und engagiere mich politisch. Ich bin Vorstandsvorsitzender einer Jugendpartei. Ich würde mich mega freuen, für dich zu arbeiten, weil es eine mega Chance ist, viele Erfahrungen zu sammeln, ein paar neue Kontakte zu knüpfen und weil Filmen eben eine große Leidenschaft ist. Viel Spaß mit meinem Video. Wie ein schwieriges Leben ist, kann man immer etwas, was man tun kann, wenn man es zu tun kann, wenn man es zu tun kann. Es ist wichtig, dass du nicht einfach gebt. up let's go down to the tennis court and talk it up like yeah oh 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 oh